Ein Päckchen von Euer Iced Tea. Hallo zusammen! Wir haben wieder ein Päckchen bekommen, der Finn und ich. Und das war von Euer Iced Tea. Wir haben ihn schon mal bekommen. Das ist der wunderbare Eistee. Kalorienarm. Mit Hanfgeschmack und Kräutern. Der Finn liebt ihn. Er freut sich riesig, dass er wieder so ein Päckchen bekommen hat. Ich bin nicht so der Eistee-Typ, aber ich finde ihn echt auch gut. Wichtig ist, Eis-Kalz-Servieren. Willst du aufmachen? So sieht das Ganze aus. Ganz viel Eistee drin. Und wie ist das? Gut. Das mit dem Eis-Kalz-Servieren ist wirklich kein Witz. Äh... Sie haben mir das auch schon mal gesagt. Ganz am Anfang trinken ihn eiskalt. Und sie haben also recht. Weil ich wollte natürlich wissen, wie er warm ist. Und eiskalt ist zehnmal besser. Es hat uns eben das letzte Mal auch noch jemand gesagt. Vielleicht als kleiner Tipp. Wenn man auf eine Wanderung geht. Weil es ist wunderbar erfrischend. Schnell eine, zwei Stunden Tiefkühler rein. Und dann kann man seinen Rucksack mitnehmen. Und wenn man Durst hat, ist es noch eiskalt. Wir sagen Merci vielmal an eure Eistee. Und wünschen allen einen schönen Freitag.